2016 waren meine Frau und ich zu einer Städtereise in Hamburg. Mit dabei waren Kollegen. Wir sind schon gemeinsam in andere Städte gefahren und hatten viel Spaß. Aber Hamburg ist doch etwas ganz Besonderes. Ein ganz besonderes Erlebnis ist es, frühmorgens oder in der Nacht noch zum Fischmarkt zu fahren. Ja, da ist schon jede Menge los. Und in der Halle, in der früher Auktion war, da ist jetzt Remi Demi. Also einfach mal sich das Ganze ansehen, kann man gar nicht so beschreiben. Viel Spaß jetzt beim Ansehen der Bilder. Schönen Tag, Schönen Tag, Schönen Tag, Schönen Tag. Und der ist schon ganz besonderes Erlebnis. Die Böden hat sich um die Böden geimpft und die Böden zu verhindern. Die Böden hat sich um die Böden mit dem Böden geimpft. Die Böden von Hamburg ist aus, was man sich um die Böden zu verhindern. Ja, wir waren drei, war der meiste. Ist der jetzt hart hoch? Das war's für heute. Das war zwei Tage ab. Das war zwei Tage ab. Das war zwei Tage ab. Du kannst Du kannst alleine ab. Aww... Ab. Und hier seht ihr jetzt allerdings eben, wie hier ist man die Elmklappe. Am Ende vom Stehen. Hier am Anfang. Jetzt muss man ein bisschen bohe, oder? Ja, Wahnsinn. Besser als er auch. Ja, hier ist Aachen. Wieder auch so eine Heise, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ob es nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht. Ich weiß nicht. Aber er ist immer da. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und Tschüss.